Also das Team mit der Masini Pongo, ein Schetti-Rüde, 6 Jahre alt und Renate. Pongo kommt von einem Züchter aus dem Burgenland, mit ca. 14 Wochen kam er zu Renate. Sie haben von Beginn an gemeinsam getrickst, wobei er mit ca. einem Jahr beschlossen hat, dass er Agility lustiger findet. Aber solange es gute Kekses gibt, findet er Tricks natürlich auch noch, naja, gerade noch cool. Mit ca. 1,5 Jahren hat er leider einen Fersenkartenabriss, wo durch fast 6 Monate gar nichts, bzw. nur sehr wenig in Sachen Tricks und Agility gemacht werden konnte. Pongo lebt jetzt mit einer Schraube im hinteren Beinchen, aber die stört ihn zum Glück gar nicht mehr. Und die beiden machen alles, wo nach ihnen der Sinn steht, worauf sie Lust haben. Ihr zart Applaus für Renate und Pongo. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018